Oh, ist ein Tirret unten. Aufpassen. Hey, hier ist noch ein Strange Retail Bench. Ja, nehm ich mit. Der Brecht schon raus. Kommt's hoch? Ich glaub der Brecht... Hier oben ist was. Warte, warte, warte. Ah, wir hatten schon gar keinen Hilfe mehr. Einen Weeper, ne? Hatten wir gar nicht, Alter. Weiter. Digga, was das da ist. Noch weich? Lass ihn kommen. Oh, wie dumm. Digga, wie geil. Digga, wie geil. Oh, na, was ist das? Da ist ein Strange Talent Metal Sheet. Nehm ich mit euch mit. Ich hab mich bei der Wege von der Wege gehört. Ne Schrotflinte. Warte, warte. Was? Na? Ich bring kurz das Ding raus hier, oder? Ok. Ok, ok. Sind wir reingegangen? Ja. Ja, aber da sind die Treppe hoch. Ich lass mal mein Licht an dem... Ja, keine Ahnung, sonst ist hier wo ich bin. Ja, jetzt ist alles. Ja, dann seht ihr, ob ich das... Wenn alles mehr weg bin. Stimmt. Ah, perfekt. Super, da. Eeeh, oh mein Gott, 30 FPS! Jaaa. Fäck, er wär so geil, hier so. Gettet. Oh, dein Kind. Schaust du es denn? Ach, das ist ja so. Digga, warte mal hier. Hier ist ein Mimics-Board ausgelöst Also glaub ich, also hier würde ein Mimic rausmachen Ja Lass mal zusammenbleiben, wo ist Lukas? Schaden genommen Von dem Birei Ja, den kleinen Ungläs rausbringen. Und den lässt er nicht mal zum Schiff. Das ist schon krank. Ey Nico, aber ich habe meinetwegen, die nur 32 leben Ich habe nur noch 22 leben Ich nehme auch nur 88 Sonst lass zurück, ich habe nur noch zwei Slots Ja, lege wirklich Ich habe zwar noch drei, wenn eine Raketen wäre Wo? Ach stimmt, wir müssen hier links Und dann... Oh ne Spinne! Und wo? Wo ist sie, hä? Hast du es gehört, ist das Lukas? Ja Oh, ich weiß nicht, was das macht Hier vorne ist sie Oha, oha, oha Oh Ding ist ja überlebt Nein Er ist der zweite Ja okay Ja gut, das war's dann, ne Wehe ist der dritte Ja gut, das war's mit der APG, I guess Oh ne Das ist nicht gut Au, au, ne Au, 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 au Und andere nämlich per OT, PL mit Dicke und äh Muss ich hier oben? Ja Die Gäste ist schon so spät, ALTER Ja Wann fährt die Pisse nochmal los? Könnte ich da nochmal hin, bestimmt, oder? Der Restlichen planten? Ja, geht eigentlich nicht, Mensch Wann fährt die Pisse nochmal los? Könnte ich da nochmal hin, bestimmt, oder? Dann wird er verlieren, Mensch Na ja, wenn's nicht geht, man aber rechts kriegt den Pistatschirm. Die Zapgun muss mit, fuck die hab ich ganz vergessen, scheiße. Nein, scheiße, ich muss nicht schreißen, ich muss nicht schreißen, ich muss nicht schreißen. Oh hell, na dicke, ich bin Omega besoffen. Dicke, oh, ich fang aus dem Fing. Dicke, ich bin so ins Ohr, oh Junge. Dicke, ich bin so... Das ist auch da, okay. Oh, du bist da. Was ist da? Ich bin ja so insane bis auf Dicke 31 Kilo, wo mir geht es gar nicht gut Das ist das Wichtigste für mich Oh Dicke Oh hey nah Oh hey nah Wasp blown, Digga. Junge, da hast mich geblowt. Ich hab euch beide umgebracht einfach. Ja Digga, wenn du eine Spinne ist, dann geht's doch nicht. Das ist eine kranke Scheiß. Digga, wie dumm. Boah, habt ihr eigentlich diesen Effekt gesehen, den ich hatte, als ich... Nehmt mal diese beiden Plates in die Hand, diese beiden Metal Sheets hier. Gar kein Effekt. Digga, ich dich? Oh Digga, ich war's gut. Ne, ich glaub den hat man vielleicht nur, wenn man die erste aufsammelt oder so. Ne, auch keinen. Ja, warte. Oh, ich hab den. Ja, ja. Oh Digga, warte mal streamen. Oh Digga, warte. Warte, ich muss kurz. Das ist der Effekt ist halt übel. Hier, 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 hier. Digga, was ist das? Digga, damit muss ich die ganze Zeit grad durch den Reg und meinen Movement, Digga. Warte, warte, warte. Ich seh noch nicht. Warte, was ist ich Digga. Wiii. Ah, geil. Damit muss ich mich grad durch die Wüste navigieren, Digga. Boah. Wiii. Digga, ist das Arsch. Ja, ich mein, der LBG hat aber schon hier nichts mehr genutzt. Das ist eh kein Monitor mehr so. Naja, passiert. Egal, wie ihr kennt's. So. Und die sind gar nicht wieder da. Ja. Sagen wir's so, bei Ägypten ist wieder nichts, ne? Oh, aber es ist halt so arschtunkel, wenn man da ist, Alter. Ja. In der Nacht, Alter. Bist du übel scheiße. So ne Taschelschlampe, kann man halt gar nix machen. Ja, Landship. Oh, was ist das? Ägypten ist cool. Ja. Ich weiß, wie's wegen, out-it. Nein. Nein. Geil. Oh, jetzt. Ich nehm die Seibgarten. Irgendein Ding ist gut. Digga, wir haben nur eine Schauwärmle. Digga, wir müssen jetzt ein Zelt reinhauen, sonst schaffen wir's nicht. Da hab ich nur von Süßes machen. Schwampen, die ich buntere. Ja, ja. Alle meine Fenzen, masseligen Jungs, ja, ja. Hier, 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 hier nehmen wir noch ne Schauwärmle. Kein Hass Wieviel brauchen wir jetzt? Ne, wir brauchen... Wir haben 170 Immens viel Wir brauchen irgendwie 180 Oh scheiße Wieviel? Warte, ich muss... Ich muss nachladen Lade eure Batterien an Ich muss nachladen Oh... Ich muss nachladen Oh mein Gott, ich hab wieder Da bin ich weg Oh, da unten ist was? Da unten ist da unten Schlatsch, Excel Ich geh mal hier Hier, hier, hier Hier, hier, hier Oh 예, hier Ach, hier Oh Ja, hier Ich hab das Hier, hier Also hier ist ne strange das, Pell. Ich hab sie mit. Oh. Auch meine Wollte jetzt machen in Schlampe, die ich wohl soll. All meine Fans, maske meine Lungs, ja. Der auch, oh, Ticker schießt auf Kopf. Niggerwitz. Wait, what? Oh. Danke. Yippie. Oh. Yes. Oh, nice. Wollen wir damit gleich einmal rausnehmen? Warte, hier ist noch was. Hier ist noch ein Key. Den nehme ich mal mit. Ich hab den rausgenommen. Und das ist das nur. Ey, vielleicht sehen wir nicht mal einen Reaper. Oh. Oh. Ey, ich bin nicht gut schlafen. Ich hoffe, der ist da genau. Ich weiß nicht, warum wir jetzt schon los. Okay. Oh, Dicke, ich bin wieder. Oh, ich bin ja noch schlimmer. Oh, das hab ich. Das hab ich auch. Dicke, oh. Dicke, ich muss euch folgen. Ich seh nichts. Nimm die Sachen in die Hand. Nimm noch den hier. Warte, gib mir was und nimm was Fettes. Ja, ich könnte auch noch irgendwas Kleines nehmen. Dann kann ich auch noch eine andere Sache mitnehmen. Gibt was? Gut. Dicke. Okay, dann möchte ich das denken. Guck, kann einer von uns noch klar sehen? Ja. Ich ja. Du nicht, wegen der Schraube. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, du bekommst es so rechts gelaufen. So. Na, das ist ja so. gues wie. die wir sind an den B-Stücken keine B-Stücke? Die B-Stücke? das wäre krass, wenn er jetzt keine Wandel also bei mir sind da welche, dann texturmäßig bei mir nicht, aber gar nichts hier gucken wir mal B-B-B-B-B also jetzt müssen wir da mal hin ussia in kurven also bei mir sind, bei mir sind da absolut gar keine das könnt ihr einfach mitnehmen versuch ma Okay. Digga, er nimmt sie gut hin. Ich glaube einfach. Digga, es juckt die Runde nicht. Nö. Digga, er rettet auch eine mit. Boah, da sind keine, hä? Da sind zwar Geräusche, aber da fliegen keine. Bei mir fliegen zwei Schwäme da. Setz mal. Bei mir sind da schon zwei Schwäme. Wo ist es schon? 93? Oh Mensch. Also bei mir sind da zwei Schwäme. Jungs, das haben wir. Jaja. Wollen wir denn los oder was? Jaja. 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 Ha! Scammert, scammert. Meine Schur. Die meisten Parallel-Employees haben die meisten Injuries gestohlen. Yippie! Warte mal, warum hat Niko mit den cutesten Empowern bekommen? Ach so, kein Plan. Yippie! Yippie! Oh Niko, ich weiß jetzt was du hast. Jetzt hab ich die eine Fake-Mobile gemacht. Ja, das ist mega. Wait, warte mal, warte mal. Gib mir mal beide Plates und diese eine Bowl, die dich auch getrunken macht. Oh hell, nein. Die macht mich schon insane dumm. Die macht mich noch double dumm. Okay, es ist ein Cap. Oh, oh, geht schon. Ich klingel jetzt jedes Mal, wenn ich da hingehe. Jedes Mal, wenn du da hingehst, kannst du einmal klingeln. Oh, der läuft ja nicht. Oh, Digger! Alter, was ist denn hier los? Oh, da bin ich ja komplett voll. Guck mal, einmal klingeln. Das Schiff hat angeblich doch 130 hier. 138, ja. Guck mal, was? Guck mal, wo? Ja, ein bisschen öfter, ne, wa? Oh, Gott. Oh. Ja, die kommen auch neu aus. Okay, warte, ich fahr nochmal. Große Chulette. Oh. Oh, ihr dauer schon zu. Guck mal, du in den. Warte, du in den. Du in den. Und du in den. Und du in den. Und du in den. Und du in den. Wir haben 563. Ich kriege schon. 203. Aber das ist 21. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein. Ach schon, ist ja Dienstag. Oh ne, übermorgen geht's Hunger. Oh, Digga, 22 Dollar Overtime. Oh, jetzt geht's los. Oh nein, oh hell. Ah, Digga, was? 1300, oh, Digga, wie viel haben wir schon? 189. Nee, Digga, wir müssen 1100 rauskriegen. In 3 Tagen. Ja, Leute, schauen wir. Ey, lass mal den ganzen Playfoo machen, aber wir landen nur auf Experimenten. Oh, Problem für die Zukunft. Ja, stimmt eigentlich. Ja genau, lass mal verschieben. Digga, stell mal vor, ich lass den Safe-Set jetzt einfach so einen Tag so und morgen kommen wir wieder und du stehst im Deadline in 2 Tagen. Wenn wir das Game jetzt so 3 Tage in Ruhe lassen mindestens, Digga, dann tobt einfach. Dann werden wir in echt gefeuert. Wirklich, Digga, dann werden wir in echt einfach ins Wild rumgeworfen. Ach, Fortnite. Mittelpass. Du bist wünschst. Ich hoffe mit dir. Oh, nein. Du bist hier. Entschuldigung nicht. Vielen Dank.